Eduard Konstantinovich Isotow war ein russischer Schauspieler. Leben Isotow wurde vorwiegend durch seine Rolle des Ivan im russischen Märchenklassiker-Abenteuer im Zauberwald international bekannt. Er war bis in die 80er Jahre ein gefragter Fernsehschauspieler. Durch einen Aneinanderreihung verschiedener Vorfälle musste Isotow Anfang der 1980er Jahre nach eigenen Aussagen unschuldig ins Gefängnis. Durch die Zeit im Gefängnis erlitt er unter anderem schwere Depressionen, die sein körperliches Befinden zunehmend beeinflussten. Dessen Folge waren drei Schlaganfälle. Isotow verstarb am 8. März 2003 im Alter von 66 Jahren an den Folgen einer Operation. Er hinterlässt eine Frau und eine Tochter. Filmografie 1959 V. Step Neutischi 1964 Abenteuer im Zauberwald 1968 Feuer, Wasser und Posaunen 1969 Ekhodaiokiksnegov 1971 Z. A. Rekoi Granitsa 1971 Derzis Z. A. Plaka 1972 Konnetzli Juba Wienig 1973 Chilovek V. Staatskom 1973 17 Augenblicke des Frühlings 1977 1977 Mimino 1977 Ein Wort zur Befreiung 1979 Vater Sergej 1983 O. C.I.D.T.